Namaste, liebe Schwimmerinnen und Schwimmer! In diesem etwa zehnminütigen Video zeige ich euch ein paar Übungen, die ihr als Warm-up zu einem Schwimmtraining durchführen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist bequeme Kleidung und vielleicht eine Unterlage. Dann würde ich sagen, auf die Matte und los geht's! Wir beginnen im Stehen in Tadasana, der Berghaltung. Komm dafür an den matten Anfang in einen etwa hüftbreiten Stand. Schau, dass du gut geerdet bist. Das Schambein zieht nach vorn, das Sitzbein nach unten, aktive Körpermitte, die Kniescheiben leicht nach oben gezogen. Und dann atme ein, bring deine Schultern zu den Ohren, ausatmen, roll sie nach hinten unten ab. Noch einmal ein und aus. Einatmen, bring deine Arme über die Seiten nach oben, ausatmen, Hände vors Herz. Schließ kurz deine Augen, halte inne. Und wenn du soweit bist, blinzle deine Augen wieder auf. Atme ein, bring deine Arme über die Seiten nach oben, Hand in Flächen schauen zueinander. Und jetzt greif abwechselnd mit deinen Händen in Richtung Decke, als wenn du einen Apfel von einem Apfelbaum pflücken möchtest. Mach dich schön lang, streck dich. Und dann verschränk deine Hände ineinander, die Hand in Flächen zeigen jetzt nach oben. Mach dich lang. Einatmen hier. Und ausatmen. Dehn dich rüber zur linken Seite. Spür, wie deine rechte Körperseite lang gezogen wird. Schöne Flankendehnung. Bleib drei Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen 1. Einatmen. Ausatmen 2. Ein letztes Mal tief ein. Ausatmen 3. Der nächsten Einatmen. Komm zurück in die Mitte. Mach dich noch einmal lang. Ausatmen. Dreh dich rüber zur rechten Seite. Linke Flankendehnung. Schau, dass dein Körpergewicht auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt ist. Drei Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen 1. Einatmen. Ausatmen 2. Einatmen. Ausatmen 3. Einatmen. Komm zurück in die Mitte. Mach dich noch einmal lang. Ausatmen. Lös auf. Schüttel deine Hände aus. Nun verschränk deine Hände hinter deinem Gesäß ineinander. Die Hand in Flächen berühren sich. Schulterblätter ziehen zusammen. Brustbein öffnet sich nach vorn oben. Atme tief ein hier. Und atme aus. Beug dich über deine Beine nach vorne. Deine Hände gehen in Richtung Hinterkopf. Spür die Dehnung im Bereich deines Schultergürtels. Nacken entspannt. Die Knie leicht gebeugt. Einatmen. Komm langsam wieder nach oben ins Stehen. Öffne dich noch einmal. Brustbein. Schieb nach vorn oben. Blick in Richtung Decke. Und ausatmen. Lös auf. Schüttel noch einmal deine Hände. Einatmen. Bring deine Arme zu den Seiten. Wie so ein stehendes Tee. Und ausatmen. Tauch mit deinem rechten Arm unter deinen linken. Beug die Ellenbogen. Dreh die Hand in Flächen zueinander. Adlers Arme. Die Ellenbogen sind auf Kinnhöhe. Drei Atemzüge hier. Ein. Ausatmen. Eins. Ein. Ausatmen. Zwei. Ein. Ausatmen. Drei. Atme ein. Lehn dich leicht nach hinten. Ausatmen. Werdt rund. Deine Ellenbogen gehen in Richtung Brustbein oder Nabel. Ein. Komm wieder nach oben. Leichte Rückbeuge. Schieb die Ellenbogen Richtung Decke. Aus. Werdt rund. Ein. Ein. Letztes Mal. Einatmen. Leichte Rückbeuge. Ausatmen. Werdt rund. Ein. Atmen. Komm zurück in die Mitte. Und aus. Löst die Arme. Schüttel sie noch einmal aus. Andere Seite. Einatmen. Die Arme zu den Seiten. Aus. Linker Arm taucht unter den rechten. Beug deine Ellenbogen. Deine Hand in Flächen. Schauen zueinander. Berühren sich. Ellenbogen auf Kinnhöhe. Drei tiefe Atemzüge hier. Ein. Ausatmen. Eins. Ein. Ausatmen. Zwei. Ein. Ausatmen. Drei. Der nächsten Einatmung. Leichte Rückbeuge. Die Ellenbogen ziehen in Richtung Decke. Ausatmen. Werdt rund. Beug dich nach vorne. Einatmen. Komm wieder nach oben. Ausatmen. Werdt rund und klein. Ein letztes Mal. Tief ein. Und aus. Werdt rund. Ein. Komm in die neutrale Position. Ausatmen. Löst auf. Hände ausschütteln. Einatmen. Einatmen. Wingen deine Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen. Hände vors Herz. Einatmen. Arme nach oben. Werdt lang. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Rücken lang. Ausatmen. Geh in die schiefe Ebene zurück. Ganz starke Körpermitte. Die Fersen schieben nach hinten. Schultern. Ellenbogen. Handgelenke in einer Linie. Blick nach unten. Einatmen. Bring deine Knie. Ausatmen. Brust und Kinn auf die Matte. Einatmen. Schlängel dich durch. Kobra. Blick nach vorn. Ellenbogen zusammen. Ausatmen. Schieb dein Gesäß in Richtung Ferse zurück. Und komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Beug und streck deine Knie abwechselnd. Schüttel deinen Kopf aus. Langsam wird wieder statisch. Erkleinere den Bewegungen. Einmal schief. Einatmen hier. Und ausatmen durch den geöffneten Mund. Einatmen. Rollen mit runden Rücken nach vorne. Schultern über Handgelenke. Und ausatmen. Senk deine Knie auf die Matte. Komm in den Vierfüßlerstand. Hebe dein rechtes Knie an. Zieh ein paar Kreise in der Luft. Wie ein pinkelnder Hund. In die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Setz dein rechtes Knie wieder ab. Hebe dein linkes Knie nach oben. Auch hier zieh ein paar Kreise in die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Leg dein Knie nun wieder auf der Matte ab. Schau, dass deine Knie nun mattenbreit auseinander sind. Die großen Zehen berühren sich. Schieb dein Gesäß in Richtung Ferse nach hinten. Krabbel mit den Händen nach vorne. Werd einmal richtig lang in der Wirbelsäule. Leg die Stirn ab. Und atme ein. Krabbel mit den Händen wieder nach oben in die aufrechte Position. Einen Fersensitz. Bring die Knie zusammen. Atme ein. Mach Kaktusarme. Die Fingerspitzen zeigen nach oben. Schulterblätter ziehen zusammen. Ellbogen in einer Linie. Ausatmen. Fingerspitzen gehen nach unten. Einatmen. Fingerspitzen wieder nach oben. Einatmen. Fingerspitzen nach oben. Ein letztes Mal. Ausatmen. Fingerspitzen nach unten. Und dann löse auf. Wege die Hände auf deine Knie. Schießt die Augen. Spür nach. Atme ein. Bring deine Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen. Hände vors Herz. Die Stirn in Richtung Fingerspitzen bedanke ich bei dir selbst für dieses kleine Warm-up. Wenn du soweit bist, blinzelt deine Augen wieder auf. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schwimmtraining. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.